Oh Mann! Von den Machern von Ich-Einfach-Unverbesserlich Wow! Alles klar. Du! Wer bist du und was machst du hier? Verschwinde und lass mich in Ruhe! Die Leute sagen, wenn man dir diesen Kram bringt, erzählst du ihm was von Bäumen. Du willst was über die Bäume wissen? Was mit ihnen passiert ist? Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Können wir es vielleicht so etwas abkürzen? Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Wow! Na dann legen wir mal los und verändern die Welt. Vollkommen ahnungslos hatte ich damit ein Wesen heraufbeschworen, das so alt war wie die Zeit selbst. Den legendären, etwas aufdringlichen Lorax. Hey! Hast du den Baum gefällt? Was ist das denn? Ich glaube, er war's. Der Lorax. Und wie endet die Geschichte? Erzähl ich dir morgen. Und lass dich nicht von dem Stiefel treten, wenn du gehst. Dem Stiefel? Erzähl ich! Ab